Jetzt haben wir den Schusstrainer für das Training der Beinmuskulatur vor uns liegen von BFP Versand. Die Seilfarbe ist grün, hier das elastische Band zur Verbesserung der Schusskraft, der Technik und der Haltung des Schussbeins. Man kann den Trainierenden zeigen, was man verbessern muss. Man kann auch den schwachen Fuß trainieren, damit die Beidfüßigkeit ausgebildet wird und es lassen sich auch alle Muskelgruppen beanspruchen, die beim Schuss überhaupt benötigt werden. Jetzt zum Ablauf. Als erstes befestigt man das hintere Teil des elastischen Seils mit dem hinteren Teil für den Pfosten und den anderen Teil an dem Knöcheltape sozusagen. Der hintere Teil des elastischen Bandes befestigt man mit dem Karabiner hier am Torpfosten zum Beispiel. Den vorderen Teil, das bunte Band muss unten am Fuß sein und das Band mit dem BFP Logo einfach vorne drüber ziehen und dann kann der Spieler den Fuß spannen und die komplette Muskulatur trainieren, die beim Schuss beteiligt ist. Außerdem kann man den schwachen Fuß auch trainieren, indem man einfach das Band schnell wechselt. Geht auch sehr schnell, sieht man hier ganz schön. Einfach mit dem anderen Fuß reinsteigen, zumachen, festknoten oder fest schnüren und dann den anderen Fuß eben trainieren und somit die Beidfüßigkeit ausbilden. Der Preis dieses Pakets beträgt 19,95 Euro. Es gibt einen Mengenrabatt ab fünf Bestellungen, dann kostet eins nur noch 19,50 und ab zehn kostet es nur noch 18,75 Euro. Das war es vom Schusstrainer für das Training der Beinmuskulatur. Wenn er euch gefallen hat, schaut ihn doch einfach bei bfpversand.de an, indem ihr in die Suchleiste einfach den Namen eingibt. Dann war es das von diesem Video. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video von BFP Versand wieder dabei.